Wann waren Sie zum letzten Mal vollkommen nüchtern, James? Da war ich elf. Ich will clean sein. Ich will wieder richtig leben. Ich glaube, das ist seine letzte Chance. Er muss von der Straße weg, sonst geht er kaputt. Willkommen zu Hause. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hallo? Egal, wer da ist, hau sofort ab! Früher habe ich jede Chance vermasselt, die ich bekam. Auch dieses Mal ist es was anderes. Er hat einen Namen. Das ist Bob. Du behältst ihn, oder? In wievielten Leben bist du gerade? Ich wahrscheinlich im neunten. Es darf kein Tier mit auf das Foto. Das ist der offizieller Ausweis. Ich sehe hier kein Tier. Das ist mein Co-Pilot. Okay. Könnt ihr uns was geben? Bob und ich wollen leben! Jeder kriegt eine zweite Chance. Aber nicht jeder schafft es, sie zu ergreifen. Zum Glück hatte ich einen ganz wunderbaren Freund, der mir bei meiner zweiten Chance geholfen hat. Okay, pass auf. Ich nehme das Ding runter. Wenn du mir versprichst, nicht an der Naht zu lecken. Das war's für heute.